Hallo Leute, jetzt ist der Baum. Und heute spielen wir mal, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Minecraft Dungeons. Wir werden auch wieder bald Minecraft Legends spielen, also seid gespannt, kommt auch bald. Ja. Gehen wir weg. So. Komm schon. Komm ja. Ja. So. Lassen wir hier alles platt machen. So. Kommt her. Ja. Wir spinnen. Wow. Geht weg, ihr Blöden. Hallo. Geht so nett. Bin ich jetzt? Ja. Rein da. Ach, das ist hier wieder dieser blöde, große Redstone-Dings. Leute, ich bin ja in der letzten Folge die ganze Zeit gestorben. Ich will heute mal versuchen, nicht zu sterben. Das heißt, das Video ist sehr viel gecuttet dann. Weil, falls ich heute sterbe, fange ich wieder von neu an, weil ich will heute mal das Level hier fertig machen. Damit ich nicht jedes Mal ein neues Video hier übermache, weil das ist eigentlich sinnlos. Aber ich kann im Moment halt auch kein neues Video von Minecraft Dungeons machen und ich möchte auch, dass das halt trotzdem kommt. Deswegen muss ich immer dasselbe drehen. Also, falls ihr wundert, warum da immer der gleiche Level kommt. So. Vorräte, können wir noch einsammeln hier. So. Genau, hier ist nämlich schon der Redstone-Kombin. Oh. Oha. Oha. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ich sterbe. Ich sterbe, ich sterbe. Okay. Ich kann hier einfach mal kurz stehen. Leute, wir sehen uns gleich, wenn ich mal hier, äh, die Rakete neu habe. So, da habe ich die Rakete. Ah, ich kann sogar hier stehen bleiben. Perfekt. Und meine Flelemaus drauf und greift ihn an. Leute, wir sehen uns gleich wieder. So. Der Eisengolem ist jetzt gleich down. Ach komm. Schlag auf den. So, wie gesagt. Ich habe schon wieder keinen Zaun. Perfekt. Oh. Oh. Scheiße. Fuck. Hilfe. Mama. Geh weg. Hä, wo soll ich denn hier hin? Achso, im Moussala. Oh. Nein, 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 nein. Ja, komm, fick dich. Ey. Mann. Ey. Wo ist dieses Kackviech? Komm her, weg mit dir. Du auch. Ja, natürlich. Einfach durchrennen. Ich renne hier einfach nur durch. Leute, es ist echt gerade die beste Möglichkeit, einfach durchzurennen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Scheiße, scheiße, scheiße. Mamma mia, mamma mia. Okay, alles gut. So. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Ich hab's doch nicht. Ich muss Rückzug nehmen. Also hier kann ich hier kurz... Stopp. Papistig. So. Leute. Dieses Level ist so schwer, ne? Also ich bin... So. Ich krieg da nicht hin. So, hoffen wir jetzt mal, dass ich jetzt irgendwie... Hier dieses Level mal endlich fertig komme. Wir sehen uns gleich wieder. So. Ich hab jetzt mal kurz ein bisschen weiter gemacht. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Verlege... Überlasse die Kerne. Okay. Ja, das sind ja jetzt wieder die Aufgaben, die ich schon 100 Mal in den Videos gemacht hab. Deswegen, Leute, ich die jetzt überspringen werde. Also wir sehen uns, wenn ich das hier alles... Belastet hab. So, Leute. Ich hab das jetzt geschafft. Jetzt soll ich nämlich von der Schmiede entkommen. Also... Ach, nö, hier ist wieder so ein wilder Polen. Ich bleib einfach hier stehen. Oh. Nicht so... Nicht so schlau. Aua. Aua. Hallo. Lauf doch weg. Was? Okay, Leute. Ich muss nochmal kurz... Ähm... Aufsgin weitermachen. So. Jetzt bin ich hier. Oh, nö, der blöde Redstone, wo dann kommt. Hilfe! Mama Mia! Ich hab absolut keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Scheiße! Zwickmühle! Renn, 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 renn! Nein, nicht ins Feuer! Renn, 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 renn! Renn! Bitte! Ich will dieses Kack-Level nicht schon wieder neu machen. Oh, ich bleib mal hier kurz stehen. Ey! Leute, ich sag's euch. Ich hab jetzt fast alles aufsgin gemacht. Und es ist sauschwer, dieses Level. Also, vielleicht ist es für einen oder anderen nicht schwer. Aber... Ich will dieses Level jetzt endlich schaffen. Komm her, blöde der Golem. Ich krieg den. Krieg dich jetzt. So. Perfekt. So. Kommen sie her. Kommen sie her. So. Mit dir. Ja, komm. Natürlich. Ja, 100 Millionen Sachen hier. Okay. Tschüss. 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 Hallo, Freunde. Wie geht's euch eigentlich so? Ich bin nur hier raus. Also, ich will gar nichts von euch haben. Ja, die muss ich leider wegkicken. Oh. Ganz schlecht. Ich sterbe wieder. Ich sterbe wieder. Ich sterbe wieder. Ich spamme. Ich spamme. Ich spamme. Komm schon. Boah. Nochmal Glück auf. Ey, wo ist dieses Kackvieh, das die ganze Zeit schon wieder diese Sachen gespawnt hier? Lass mich. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Ich muss so lange warten, bis ich jetzt wieder E drücken kann. Bitte sieh mich nicht. Wenn du mich siehst, ne? Ich bring dich sowas von um. Läuft da auch noch zu mir. Pff. Pff. Wie auch mal ich das gerade überlebt habe? Ich habe keine Ahnung. So. Hier. 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 Aber wo ist jetzt dieses Kackvieh, der die ganze Zeit diese Scheiße hier macht? Komm her. Ey, die haben... Ne. Ne. Komm. Lass mich in Frieden. Geht weg, ihr blöden. Kicher. Scheiße. 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 Äh, wo muss ich denn hier überhaupt braun? Also hier. Absolut. Gar keine Ahnung. Muss ich hier lang? Ah, ne. Ich muss da lang. Ach. Weg. Bin sogar noch falsch gelaufen. Da ist das. Weg mit dir. Endlich. Geht die mir nicht mehr auf den Geist. Ah, frisches TNT für dich. So. Junge. Was willst du eigentlich? Ne? Tschüss. So. Ja, Zombies sind mir egal. Die können hier mich ruhig nerven. So. Zack, zack, zack. So. Hier ist, glaube ich, wieder ein Witz und Golem. Ja. Golem, kommen Sie. Wow. Was hat denn auch einmal her? Es kam gerade wirklich aus dem Nix. Wir machen ein bisschen tanzen hier. Ja, Golem, kommen Sie. Ja, komm. Ja, komm, Golem. Ja, quatsch. Wie so ein Hund. Ja, komm. Wow. Klima. Ja, kommen Sie. Kommen Sie zu mir. Ja, kommen Sie zu mir. Wow. Wow. Hallo. Golem. Scheiße. Jetzt kommen Zombies. Das ist not good. Tschüss. But in the forest. Der Witz und Golem, der wird totgekitzelt. Der nervt mich gerade sehr. Ich muss ja ein bisschen Slalom laufen. Leute, wir sehen uns gleich wieder. Ich muss mal kurz ausmachen, wenn ich irgendwann mal das schaffe. Leute. Ich habe das Spiel, beziehungsweise den Dings endlich geschafft. Wow. Geh nochmal weg. Entkomme aus der Schmied. Tor geöffnet. Tor geöffnet. Boah, war das ein Kampf, sage ich euch. Ich weiß jetzt nicht, was noch da unten kommt. Deswegen muss ich nochmal hier kurz warten. Aber ich höre wieder andere Leute. Leute, ich mache nochmal kurz ein Cut und dann sehen wir uns, wenn ich am Eingang. So, ich denke mal, das hier ist das Ende. Wir gehen rein. Und da steht Sieg. Die neue Schmiede ist zerstört. Und die Kriegsmaschinen der Illager sind Geschichte. Endlich dieses Level geschafft, Leute. Das ist mit Abstand schon das schwierigste Level gewesen, was ich bis jetzt spielen musste. Ich habe jetzt mindestens zwei, drei Stunden hier gesessen, damit ich dieses Level schaffe. Ja, auf jeden Fall war ein meises Level. Ich habe endlich diesen Kack-Mega-Redstone-Typ besiegt. Also, boah, ich kann nicht mehr Leute. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Ich kann auf jeden Fall nicht mehr. Blammenköcher zum Lager. Wir werden uns jetzt erstmal unser komplettes Lager, beziehungsweise unser Equipment, mal ein bisschen hier gucken. Also, das hier hat 32 Nachkampfschaden. Und das hier hat nur 18. Also, direkt erstmal wechseln. So, die Rüstung. Da könnten wir mal gucken bei Rüstung. So, Wasser 10. Plus 33 Gesundheit, 35% Schadensverringerung, 30% Chance Schaden zu verhindern, 100% Akkringzeit für Rollen. Ja. So, Bogen. 40 bis 119 Fernkantschaben. Stark aufgeladene Fernkanten. Der hat beispielsweise nur 16 bis 48. Deswegen auch wechseln. So. Können wir hier nochmal bei Verzaubert gucken. Achso, das ist ja er. Effekte. Gewährt die Brandpfeile. 12 Fernkantschaben pro Sekunde. Ich glaube, das ist das gleiche wie die Raketen. Auf jeden Fall würde ich die auch mit reinnehmen. So. Genau. Dann können wir hier diese Fimster irgendwie reinpacken. Wobei, die haben... Warte. 13 Fernkantschaben pro Sekunde pro Sekunde. Dann können wir hier noch die Sachen verzaubern. Ja. Okay. Hey Leute, ich würde sagen, das war's dann mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Support vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut auch bei meinem Discord-Bot vorbei. Ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut auch bei SDNX vorbei. Dort könnt ihr euch einen kostenlosen eigenen Discord-Bot erstellen. Mit eurem Namen, Profilbild, etc. Schaut da mal vorbei. Würde mich sehr freuen und auch supporten. Jetzt habt einen traumhaften Tag. Und euer Sanzo. Ciao. Ciao. Ciao.